Musik Eine Website müsst ihr machen. Eine Website auf Elsässig, wenn ich dir sage. Die Schule ist hin und her gewackelt wie so ein alter Rinddampfer, wenn der Wind von der Seite kommt. Es war noch keine Sexe und dann gab es schon eine Sitzung. Oder ein Blog, mach doch ein Blog. Das kostet nichts und die ganze Welt kann dich lesen. Ich war ganz boff. Ausgerechnet der Schule, wie doch immer gehe alles näher ist. Wie nicht einmal ein Teletarm hat? Der Scheisskasten kommt noch nicht über die Schwelle. Wer ist die Schule, die alles gekommen Telefon berührt hat? Gretel, häng ab, ich bin nicht da. Genau der Schule hat mich damit angeheizt, ich soll jetzt ins Netz und alles dran uns auf Elsässig. Manchmal benutzt das Schicksal komische Mittel für unsere Weizenzeige. Ich muss aber meine Geschichte von vorne anfangen, dass er ein Bild kennenzulernen kann. Der Schüler war meinen Garagist. Der Buch scheint einer der besten in Straussburg. Er konnte alles reparieren und hat oben drauf eine beispielhaft ehrliche Hütte gesehen. Nur hat er eine komische Furze im Hirn gehabt. Die franzäische Auto hat er nicht geputzen. Er durfte mit allem kommen. Ein verzwickter Engländer, ein empfindlicher Italiener, ein spritzischer Japaner, meint wer ja ein Amerikaner, ist immer herzlich bedient worden. Der Hightechst-Schwoven-Korrische hat ihm keine Angst gemacht. Vor allem jeder Oldtimer hat er gejügt wie ein kleines Kind. Ja sogar der Rudiks Klopperkasten hat ihn gefreut. Bist er aber mit einem Franzosenwaben zur Rolle gekommen, hat er die Empfangen wie mit einem Zeugkibel hingeschmissen. Reparieren hat er es keinen, aber geflöscht hat er dabei wie ein Bärkütscher, wenn das Rad stecken bleibt. Und die Rechnung ist dann kehrisch gesalzen und gepfeffert worden. Und der Franzosenfahrer ist natürlich kein zweites Mal gekommen. Ich konnte aber gut leiden, und jedes Mal, wenn ich den Waben bei ihm abgeholt habe, haben wir miteinander gebobbelt. Dabei hat er alles wieder gewirgelt, mit seinem ewigen Zigaretchen zwischen den Lefzen ist er vom Motor zum Werkzeugkosten geschlendert, das er gemeint hat, er hätte schlosset und hat einfach alles Modernen getebert. Wenn der Heizen da ist richtig die Eizkette nicht hättest, kannst du keine Waben reparieren. Ja, Kreizen für Doria soll jetzt alles elektronisch wären, das Trinken auch. Dann als Götter-Stockfeld-Indianer hat Jules alle hier Feierwasser gesaufen. Ein zweites Thema, wie er immer wieder aufs Tapet gebracht hat, war seine Militärzeit. Jules war in den Jahren 60, 62 im Dschäbel. Und in dieser Zeit ist ihm etwas auf dem Maben geblieben, wie er alleweil versucht hat, im Gewätschelwasser zu trinken. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Und wie er zurück aus Algerien kam, hätte er keine französische Autos mehr reparieren wollen. Keiner hätte es gedreht, ihm das auszureden. Und wenn so ein Ahnungsloser sich riskiert hätte, zu argumentieren, dass zum Beispiel nicht alle Franzosen am Algerienkreis schuld sind, hätte er so einen Adlerblick gerettet, dass es einem eiskalt den Buckel runtergelaufen ist. Jetzt wissen Sie, warum ich nie kein Französisches Auto gefahren bin. Das wird mir einfach zu dir kommen. Nicht, was ihm Geld an ist. Aber Jules ist am Ende ein Götterkumpel geworden. Eine Freundschaft, die ich nicht gerne vermisst hätte. Aber irgendwann hat er den Motor festgefahren. Die Bump hat nämlich gewählt. Naja, bei dem, was er gedampft und gepäpert hat, hätte er schon fast keinen Frosinn, dass er überhaupt so alt ist geworden. Wie wir ihn dann begrafen haben, ist da alles auf Französisch abgelaufen. Mess, Beileid und so weiter. Deine zwei Kinder verstehen zwar noch Elsässisch, aber bei den Enkelkindern ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und wie ich vor seinem offenen Grab gestanden bin, ich habe eine Blümlinge geworfen, ich kann den Krach von einer Schüffel Erde wie auf dem Saurigkeit nicht vertraben. Da ist mir die Episode wieder eingefallen, wie er mir gesagt hat, eine Website, eine Website auf Elsässisch, ich verticke noch einmal, worauf gibt es keinen? Das ist die Zelle da gesehen, wo ich sich Pensionäre hatte und alle Kumpel ein letztes Mal in die Garage eingeladen hat. Was eine Zelle durchgepackt hat, wo ich nicht erfahre. Ich bin aber von der Liste nach Hause gekommen, habe mich gleich vor den Computer gesetzt und habe in einem Furt gesurft und gegoogelt, wie nicht gescheit. Das Resultat ist auch maverig gekommen, kannst du auch selber nachlögen. Fürs Fränkische und das Alemannische im Elsass sieht das Arisch noch Untergang aus und die Versenkung schlägt im Netz die Arisch hohe Welle. Was Wunder, wenn die Torpedos aus unserem Pariser U-Boot stammt. Zum Andenken an der Schule und für alle, wie die Sprache noch verstehen, ob Franzosenfahrer oder Trottinädelhübser, habe ich mich daran gemacht und ein Blog angefangen. Und nach und nach habe ich im Schül seine Botschaft verstanden. Eine Sache ist erst dann verloren, wenn der letzte Kämpfer sie an den Nabel hängt. Solange eine Sprache geredet wird, ist sie nicht tot. Der Schül hat das verstanden gehabt. Bei dem hat er mich ständig getrieben, nie aufgehend, nie aufgehend, nie aufgehend. Und jetzt? Jetzt bist du dran.